Nach einem schönen Tag im Spa-Bereich und gutem Essen machen wir uns jetzt am heutigen Abend auf den Weg zum Kalkberg, zu den Karl-Mai-Festspielen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann vor Ort. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin vor Ort bei den Karl-Mai-Festspielen 2019 und es ist auf jeden Fall wieder sehr krass. Es sind viele Menschen am Start, wie ihr hinter mir seht, die Tribünen sind gefüllt und live hier von den Karl-Mai-Festspielen aus Bad Sägeberg. Es ist auf jeden Fall richtig krass, ich trinke von mir, sonst seht ihr ja nur den alten Zaun, das will ja keiner. Und es ist auf jeden Fall wieder sehr interessant hier. Ihr kriegt jetzt ein paar Impressionen und ein bisschen Musik auf die Ohren während der Voraufführung. Wollt natürlich nicht gefilmt, wenn ihr es euch anschauen wollt, dann schaut auf jeden Fall selbst vorbei, weil es ist lohntwert. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir werden es jetzt sehen. Also wir sehen uns nach dem Stück wahrscheinlich wieder, vielleicht gibt es nochmal eine Toneinsprechaufnahme zwischendurch, aber das werden wir dann mitbekommen. Also ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. und das ist ja auch nicht wirklich Spaß. Es bedankt sich das Karl-Mein-Ensemble und folgt unser Feuerwerk. Lasst auch ihr das Freilichttheater funkeln mit den Lichtern eurer Handys. Wir fahren uns auf den Wiedersehen mit euch im nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal.